Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer ganz ganz kurzen News und zwar die Version 1.27 ist nun endlich aus der Beta raus und zwar haben wir jetzt momentan vor einigen Minuten die 1.27.1.1 erhalten das bedeutet der Beta-Status ist nun endlich vorbei und alle die an dem Beta-Status wahrscheinlich nicht mitgemacht haben die werden heute, wenn ihr Steam öffnet, eventuell gleich ein Update bekommen, um auf der Version 1.27 zu spielen vorab möchte ich aber nochmal sagen, es kann natürlich zu Probleme führen, wenn Leute sehr viele Mods drin haben, die für die Version 1.26 laufen deswegen macht am besten alle eure Mods raus, ihr merkt schon ab und zu ruckelt es hier weil ein Mod wahrscheinlich bei mir ein wenig Konflikte verursacht wann der Multiplayer nun endlich losgeht, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren reinschreiben des Weiteren könnt ihr auch reinschreiben, wenn natürlich die erste Pro Mods wieder am Start ist dass wir dann auch wieder da ein bisschen loslegen können das wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz sagen, dass die Version 1.27 am Start sind weil ich ja immer wieder so oft gefragt wurde, was da alles neu implementiert wurde darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht, guckt mal einfach auf die News die ich ja sonst immer so mache und ja, das soll es gewesen sein, kurzes Video die 1.27 ist da, haut rein, weil der Maximus hat Hunger will jetzt erstmal nur Bockwurst essen, bis zum nächsten Mal, bye bye